Hello, 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 herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videomappen-Beschamster. Zu dem Spiel WRC 7. Wir fahren aktuell in der Rallye de Portugal. Die gar nicht unsere Rallye ist, wie wir das gerne haben, mehr hatten. Wir sind 6. Weil wir in der letzten Stage mal ordentlich abgelost haben. Wir fahren in der WRC 2 mit unserem Ford Fiesta R5 und sind aktuell in der letzten Wertungsprüfung in Portugal. In der Powerstage mit 5,18 km, 90% Schotter, 10% Asphalt. Unsere Front- und Heckschoßstangen sind natürlich wie immer im Top-Zustand. Das ist der Mitarbeiter des Monats, schon mehrfach in Folge. Unsere Daten schauen einfach wunderschön aus. Der ist so begeistert, dass er gar nicht mehr wegschauen kann. Unser Ziel haben wir völlig verfehlt. Aber das soll kein Abbruch machen, weil wir mit Crown-Öl fahren. Das kann einfach nur noch besser werden. Greifen wir auf für die Portugal-Rallye. Letzte Powerstage. Und abgepasst, Kollege. Gibt mir alles. Lief sehr gut. Ich werde ein bisschen aufräumen. Im Nachhinein nicht so viel zum Abräumen haben. Komm, das könnte mir alles jetzt in ein Blatt so nach oben rutschen. Links 9, über Kuppe, 30, Knoten, in links 5, sehr lang, Bodenwellen, innen halten, beengt sich. Rechts 4, nicht schneiden, 30, links 8, lang, nach 3, 4, innen halten. Oh, 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 oh. Gehen wir ein bisschen drauf auf die Winsel. In links 6, in links 6, in links 6, in links 6, innen halten. Und links 7, rechts 4, fort, nicht schneiden, beengt sich. Aua, aua, hap, 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 hap. Keine Ausreden hier. Ein bisschen Mauer da. Reines, zu arghaft. Und links 6, in links 6, lang, rechts 6, nicht schneiden, beengt sich, innen halten. Und rechts 6, in Spitzflink, beengt sich, innen halten. Huuuuh, sowas ist nicht so gut. Rechts 7, Achtung, Rente, rechts abbiegen, Asphalt, links 9, lang, Bodenwellen, in links 4, innen halten. Das sind 30, 30. Ob, 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 nicht jetzt schon, nein, meine ich, ich hab dich doch noch nicht mal berührt, diese scheiße Zuschauer, nein, nicht fluchen, brav sein, um, finde dein inneres Ich, alles wird gut. Ich mach ja irgendeine Zen-Musik, ey, dass ich da irgendein bisschen runterkomme, uuuuuhh! Rechts 6, kurz 30, rechts 3, öffnet sich, in Muppe, in Bremse, rechts 5, in links 4, öffnet sich, Achtung! Fremd ist, links abbiegen, nicht schneiden, Asphalt 40, rechts abbiegen, Schotter öffnet sich, in links 4, landlords fängt sich ein! In rechts 4, land, nein, 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 nein! an links 7, kurz 30, rechts 3, links 3, sehr lang! Stelle Beengung Max Mach mal alles, wasch dich So ein bisschen weiter darüber anvisieren glaube ich Genau Hop, 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 hop Sekunden haben wir schon mal Rücksprung. Rücksprung. Rückstand. Gott. Ja, mei. Eija. Eija. Was soll ich jetzt dazu sagen? Da fällt mir jetzt eigentlich gar nichts ein. Aber der Pontus ist vor uns. Schwer zu schlagen gewesen. Plus zwei Sekunden Rückstand. Heute wird er jetzt in tolle nette Mitteilungen kommen. Siebter. 35 Punkte. Wieso fahren die nicht alle Rallys mit? Ist es irgendwelche Einschränkungen oder Verbote oder scheitert es jeder selber? Jo, Ziel haben wir nicht erreicht. Moral ist oben. Effizienz passt. Komm, rück's mir rein. Titos. Ja, Pontus. Entschuldigung. Wir haben keine Chance. Du hast so recht gehabt. Ich bin so stolz auf dich. Sie haben bei dieser Rallye, die als besonders schwierig gilt, eine starke Leistung gezeigt. Gut gemacht. Weiter so. Dankeschön. Ach, das freut mich gleich. Die Moral ist gut. Weiter so. Machen wir alles. Machen wir alles. Wie schaut's denn aus, wo vormann? Hollande, die kann man doch schon. 23 Kilometer. Hollande, die weit viel. Es kann ja bloß interessant werden. Ich hab Angst. Lasst es uns tun. 85 Schotter. 18... 18... 15. Das falsch. So. Kollege, gib mir alles. Abgepasst. Rosti, gescheide Ansagen machen. Jetzt geht's rund. Rechts 6. 30. Links 5. Nicht schneiden. Und Achtung. Rechts 6. Nicht schneiden. Verhängung. Verhängung. 64. 60. Oh, nein. Das fängt ja doch mal perfekt an. Manometer. Warum kann ich doch nicht weiterfahren? Blumen pflücken. Hast es mich halt. Oh, Minno. Zur Stankenschanke hat sich gefreut. Das ist ja doch voll enttäuscht, dass ich nichts mitkriege. Wollen wir mal, ob wir noch ein paar pflücken können. In links 5. 60. 35. 40. 120. Ich hab mir schon wieder 9 Sekunden auf dem Kot. Achtung. Linke Schikane. Ausmausen. Nicht schneiden. Das hat mich jetzt nur noch links zu. Rechts. Entschuldigung. Andere links. Kuppe. In links 7. Verhängung. Nicht schneiden. Mit rechts. Und Kuppe. Rechts 5. Links 4. Nicht schneiden. 40. Ja, ich weiß. Ich laber zu wenig. Aber ich bin ja höchst konzentriert. In Verengung. 50. Das ist voll... In links 8. 60. In links 8. 60. Uh, wohin? Links 5. Bodenwell. In rechts 8. Lang. Verengt sich. 20. Ist das Licht und Schatten hilft auch nicht damit? Wir wollen das. In links 8. 30. Link 8. Lang. Verengt sich. 6. 50. Rechts 6. Hopp. Gas. 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 Scheibenkleister. Ja. Und 360 hin und weiter geht's. Nein, nichts weiter. Und los. Wieder Schauhinlage. Ah, seid so neidisch. Was schon? Was kriegt man sich gepackt? 9. Verengt sich. 5. Boden. Rechts 6. Links 2. Rechts 5. 150. Verengung. Oh, da wären sehr schöne Blumen gewesen. Rechts 6. Sehr lang. Verengt sich. 4. In links 6. Und rechts 7. Innen halten. In links 4. Sehr lang. 50. Link 8. Innen halten. In links 4. Holle, die Weite. 2 Wähler. Jawolle. Verbessern wir uns. Wir kriegen immer noch Tricks. Grinden. 360. 2 Winner. Wir machen alles. Muss halt P-P-P gelernt werden. Und ein bisschen sanft zum Horschtirang. Genau, schnell, weil wir ja alles voll raus haben. Hallo, Moku. Wir sind scharfe. Nee. Uh, wir sind zu langsam. Uuuh, Krimzen. Neun Sekunden auf dem Konto. Uuuh, ich skripte. Uuuh, ich skripte. Bleibt ab. Oh, Uiwollen. Uuuh. Uuuh. Rechts 7, 30. Links 7, links schneiden. 80. Kuppe, 80. Links 7, 120. Also die Abstimmung irgendwie beim vorherigen. Gut, wir waren noch langsamer. Aber das Heul-Holter, die Polter. Ich weiß echt nicht, wohin. Sorry. Nein, keine neun Sekunden. Bleibt da. Ah, auf dem Kommando. Blumen. Juhu. Er wird sich wieder freuen. Geht rechts, links 6, nicht schneiden. Richtig. Kuppe, in rechts 8, 50. Kuppe, in links 7, weg sich. Er sitzt wahrscheinlich schon erwartungsvoll im Ziel und das Stangen-Junkie. Weg sich, ach, welche Blumen kriege ich? Blumen, weiß oder gelb. Bin zu gespannt. Sehr billig. Rechts 8, landen, verengt sich, 45, 40. Weißt du, ja, weiße Rosen sind ja Rosen der Freundschaft, oder? Links 3, kurz 30, rechts 4, 20. Wir wollen eben ja nicht gleich überrumpeln am Anfang. Kleine Schritte nach vorne. Hätte das sonst umgekippt oder so, dann müssen wir da den Auswechsel nennen. Wollen wir schon behalten. Rechts 8, 20. Achtung, Bremse, rechts 7, verengt sich. Rechts abbiegen, Asphalt, links 6, verengt sich. Rechts 7, verengt sich, einfach mal zum Abbiegung. Nein, 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 nein. Rechts 6, kurz verengt sich. Out, nah. Out, nah, ist es ehrlich. Kuppe, links 6, verengt sich. In Kuppe, 30. Rechts 6, kurz 100. Oh. Kuppe, 40. Links 7, verengt sich. 3, lang, 40. Wuhu, da sind sie. Mau, mau, mau. Rechts 5, 60, in Schotter, links 7, 70. Haben sie schon ja gedacht. Oh Gott, der verrückt sich wieder. Wir müssen schnell wieder raus, schnell weg. Wuhu, werden ausgeben. Wie lange fahren wir schon? 6 Minuten. 6, dann innenhalten. 20, rechts 6, kurz 70. Haben die Hälfte. Das wird ja noch interessant. 40, 40. Wuhu, 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 wuhu. Nimm mal ein paar gelbe noch mit. Ja, komm. Ein bisschen farbenfroh. Seid ihr mitten im Sommer? Rechts 6, kurz 100. Ich sehe schon die Freude im Ziel. Spitzling, 50, links 5, verengt sich. Innenhalt, über Kuppe, lang, auf innen, 80. Oha. Wohu, da ist echt eine Kirre im Kopf. Sie sind da und rum, die Holpere und Licht und Schatten. Oh Gott. Wuhu. Da bleib. Wieso, hat der, wieso? So nach links. Locker bleiben, Achtung. Ausstet, du machst mich stolz. So läuft bei dir. Kuppe, 100, Achtung. Jetzt ist er noch neben mir sitzt. Was, was ist denn? Faszinierend. Spitz, rechts, über Kuppe, Verengung, Baum, 100. Kuppe, 150. Ja, der hätte mich voll draufhalten können, aber da würde ich tausend prozentig in die Bäume hineinballern. Achtung. Spitzling. Sticks, acht, 50. Rechts 6, öffnet sich. Innenhalten. Gefahr 20. Links abbiegen. Sticks schneiden. 80. Links weg. 60. Sehr last. 80. Wuhu. Hallo. Waren wir wieder Mupus? Irgendwann haben wir ein Bildschirm an gesehen. Irgendwas tierisches war da gerade. Nein. Nein, 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 nein. Gut, schau mal keine Strafe, dafür Baum. Trafe genug. Och, dir geht's dir gut. Sagt nix mehr. Ah, hallo. Oh, genau. Die Reifen sind durch! Das können zu langsam zu Ende sein. Ganz streng in Rentsch. Boah, wieder... Ah, mei, das war... Habt ihr da zu sehen, das war voll perfekt reingedriftet. Habt ihr das nicht gut gemacht? Ja, das war alles mit Absicht. Nein, das war nicht einfach nur Zufall. War alles perfekt getimed. Langsam immer mehr Freude an diesem Auto. Und Rolle und Traum nicht mehr. Ganz normaler Fortsch. Bauen. Nochmal bauen. Oh, oh, yeah. Das ist der 180 Backslide. Ja, den Krieg gibt's. Rechts abbiegen. Rechts weg. 30. Links 5. 33. Sehr lang. Öffnet sich. 40. 120. Links 5. Rente. Nichts schneiden. Rechts 3. Öffnet sich. Innen halten. 120. 50. See. Wolle ein bisschen baden gehen. Nein, das will nicht. Muss Auge gleich sauber machen. Links 6. Süß der Stangen-Chunk hier vor. 65. Saubere Stangen. Aber... muss ein bisschen was tun, dafür wird er jetzt heute gehen. Spitzling. 30. Achtung. Vollbremsung. Links abbiegen. 40. Wo? Abbiegen? Wow, 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 wow. Ah, wieder Stahlbild noch am Ende. Das ist schön. Den Alpen sieht er noch ein bisschen fertig aus. Nein, das liegt nicht an meiner Fahrweise. Völlig normale Abnutzung. Oh, ich fiege auch nichts. Tut mir leid. Uh, ha. Oh, abbiegen? Was ist das? Ja, genau. Da hebeln wir einfach mal ganz schön aus. Oh, du Grünzeug nimm ja alle mit. Das wird geschmückt werden. Das ist ein Blumenpokett. Okay. Oh, nein. Oha, haben wir alle. Alle ist aufsicht. Läuft, biege ich mich. Ich sehe immer noch gar nichts. Oh. Ich sehe nichts. Hallo. Hallo. Uha. Ich bin die Freude der Fans gesehen. Schau, er ist da. Er macht doch jetzt so langsam für uns. Juhu. Den Kind von dir. Glaube ich. Oder auch nicht. Ich bin zwar nicht der beste Fahrer, aber ich habe die größte und geilste Fans. Und das ist tausendprozentig. Nein. Keine Zuschauer. Stopp. Sei brav. Haben wir es doch gleich schaffen. Alles gut. Brems. Bitte Brems. 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 Ja, ich habe schon wieder einen falschen Knopfdruck. Guck mal light. Ich bin jetzt mal gespannt, ob sowas das gereicht hat. Ich habe null Gefühl im Urin, null Gefühl. Nicht schneiden, 40, spitzrechts, 50, spitzlinks, rechts, 3, 4, geschafft. Gut, ich muss auch nicht so viel kaputt machen. Ach, mei, 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 wieso fahre ich überhaupt mit? Ich kann ja gleich einziehen schreiben und gut, das ist ja langweilig. Na, Pontus, da guckst du blöd, dass du in der Wäsche. 31 Sekunden, hätte ich ja nochmal Blumen holen können. Ja, ich weiß. Schau mal, wenn du nicht so voll laut bist, die erste Szene schaust. Ja, wie schaust du das gemacht? 1.360, unglaublich. Ich sag doch, das gefällt den Fans. Rallye-Fan-Forever. Das ist, ich habe eine Fanbase. Das kannst du kaum erzählen. Yay, wir haben wieder Punkte für unseren Rang. Abzeichen, wo auch immer es ist, gewonnen. Einwand frei war das. Wir lassen das so stehen für das heutige Video. Schauen wir uns nochmal an, wo wir sind. 31 Sekunden Vorsprung. Das ist ein nettes Pflaster. Machen auch unser Auto wieder klipp und klar. Ach, klangt die Zeit völligst. Bremsen durch, Reifen durch, Aufhängung, so lala. Großerie, normaler Verschleiß, wie immer. Und dann verabschiede ich mich für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Kommentare, Likes, etc. pp, was auch immer ihr machen wollt. Alles zur freiwilligen Basis dürft ihr natürlich immer und immer wieder da lassen. Andere Gucken, Neuerungen, Wünsche. Bin für fast alles bereit. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Servus.